Köln, so eine Situation hat man bei Bares für Rares wohl auch noch nicht gesehen. Ein Verkäufer bekommt eine niederschmetternde Expertise, denn sein Objekt ist nichts wert. Dennoch wird er es am Ende los. Ralf Armbruster ist mit einer sehr speziellen Rarität in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerk bei Köln aufgekreuzt. Denn er hat einen Teppichdackel zur beliebten ZDF-Show mitgebracht, bei dem es sich um ein Reinigungsutensil handelt. Ich habe es aus dem Sperrmüll gefischt und fand es sehr kurios, erklärt der Verkäufer. Bei Moderator Horst Lichter, 62, und Experte Sven Deutschmanek, 48, sorgt das Utensil jedoch nur für Gelächter. Experte Sven Deutschmanek macht seine Späße auf Kosten des Kandidaten, daher taxiert er das seltsame Objekt auf schlappe 0 Euro. Anschließend versucht er jedoch noch die Situation aufzulockern. Vielleicht würde ja jemand aus Spaß einen Zehner geben, scherzt der Kunst- und Antiquitätenhändler weiter. Dann macht auch Lichter bei dem Schabernack mit und bietet dem Verkäufer tatsächlich die Händlerkarte an, die Ralf Armbruster dankend annimmt. Das Debakel für den Kandidaten nimmt auch im Händlerraum zunächst kein Ende. Auch dort sorgt das seltsame Gerät für Belustigung. Allerdings finden die Händler das Objekt so kurios, dass sie darüber nachdenken, dafür zu bieten und es spaßeshalber zu kaufen. Ludwig Luki Hofmeier, 82, ist es schlussendlich, der immerhin 60 Euro für die kuriose Rarität bietet. Ralf Armbruster ist sich bewusst, dass er wohl nirgendwo mehr dafür bekommen wird, weshalb er das Angebot des Kulthändlers annimmt. Somit wurde aus dem Debakel doch noch ein Erfolg für den Kandidaten, auch wenn er sich den einen oder anderen Spruch anhören musste.